Hi, willkommen bei Edeka Basics. Ich bin Isi und heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach und kostengünstig Hafermilch selber machen könnt. Was ihr dafür braucht, sind zwei Zutaten, die sicherlich viele von euch bereits als Vorrat parat haben. Ich habe hier Haferflocken extra zart, wahlweise glutenfrei, kaltes Wasser, sowie einen Standmixer mit ordentlich Power und einen Nussmilchbeutel. Alternativ geht zum Abseihen auch ein feines Sieb oder sogar ein Geschirrtum. Let's go! Schritt 1, Haferflocken vorbereiten. Mit zarten Haferflocken lässt sich direkt starten. Solltet ihr nur Körnige da haben, war ich diese am besten vor dem Mixen ca. 30 Minuten im Wasser auf. Es wird zwischen kernigen Großblatt- und zarten Kleinblatt Haferflocken unterschieden. Ihr könnt statt Haferflocken sogar Haferkörner verwenden. Bei Haferkörnern handelt es sich schlichtweg um das ganze Haferkorn, aus dem zum Beispiel Haferflocken gemacht werden. Die Zubereitung dauert allerdings etwas länger. Hier sollten die Körner über Nacht mit der doppelten Menge an Wasser aufgeweicht werden. Schritt 2, Hafermilch mixen. Ich nehme für meine Hafermilch heute die zarten Haferflocken. Davon 60 Gramm. Die Haferflocken gebe ich in einen Messbecher mit einem Liter kaltem Wasser. Solltet ihr keinen Standmixer haben, dann könnt ihr die Zutaten in einem hohen Rührbecher mit einem Pürierstab zerkleinern. Aber Vorsicht, es könnte etwas spritzen. Die Mischung püriert ihr im Standmixer auf hohe Stufe für 1-2 Minuten, bis die Haferflocken gut zerkleinert sind. Achtung, das Wasser sollte beim Mixen nicht zu stark erwärmt werden, ansonsten bekommen wir eine Masse, die uns wohl eher an Hafer-Schleim erinnert. Mit eisgekühltem Wasser lassen sich im Übrigen die Wartezeiten eines heißen Mixers vermeiden, ebenso wie bei uns mit unserem kalten Leitungswasser. Wer bei Hafermilch eine etwas dickere Konsistenz bevorzugt, verwendet etwa ein Zehntel weniger Wasser. Solltet euch die Hafermilch zu dünn schmecken, dann stellt sie für 1-2 Stunden in den Kühlschrank. Das bewirkt, dass die Hafermilch etwas andickt. Immer noch zu dünn, dann mixt 20-30 Gramm Haferflocken unter die Hafermilch. Hier könnt ihr einfach ein wenig mit den Mengen experimentieren, bis ihr eure perfekte Konsistenz gefunden habt. Die selbstgemachte Hafermilch ist vergleichsweise nicht so süß wie die gekaufte Variante aus dem Supermarkt. Wenn ihr eure Hafermilch süßer möchtet, dann könnt ihr je nach Geschmack 1-2 Esslöffel Reissirup oder Agavendicksaft, 2-3 Entsteinte mit Joule oder Softdaddel oder 1 Teelöffel Vanilleextrakt untermixen. Auch eine Prise Salz kann nach Geschmack hinzugefügt werden. Experimentiert auch hier mal gerne mit Gewürzen wie Zimt oder Kakao für eine zusätzliche Geschmacksnote. Schritt 3 Hafermilch filtern Gießt die Mischung durch einen Nussmilchbeutel ein sehr feines Sieb oder ein Geschirrtuch und fangt die Flüssigkeit in einer Schüssel oder direkt in einer Flasche auf. Meine Empfehlung investiert in einen Nussmilchbeutel, um eine reibungslose Filtration zu gewährleisten. Ich habe hier so einen Messbecher, dann nehme ich den Nussmilchbeutel und stülpe den quasi drüber. Dann gieße ich meine Masse direkt da rein. Drückt vorsichtig die Hafermasse durch den Filter, um maximale Flüssigkeit herauszubekommen. Am Anfang geht es natürlich etwas schneller und später ist etwas kraftnotwendig. Das kann schon bis zu 10 Minuten dauern, aber es lohnt sich. Mein Tipp zur Resteverwertung. Die zurückgebliebene Hafermasse kann in Smoothies, in Porridge oder in Müsli gemischt werden, um die Nährstoffe weiterzuverwenden. Schritt 4. Hafermilch lagern Verschließt die selbstgemachte Hafermilch in luftdichte Behälter oder Flaschen. Das Behältnis muss nicht sterilisiert sein. Es reicht, wenn ihr die Flasche oder den Behälter vorher heiß ausgespült habt. Im Kühlschrank hält sie sich etwa 3-4 Tage. Vor Gebrauch gut schütteln, da sich natürliche Sedimente absetzen können. Fertig ist die Hafermilch. Wisst ihr, was auch ein cooler Hack ist? Ihr könnt die Haltbarkeit der Hafermilch verlängern, indem ihr sie portionsweise einfriert. So könnt ihr einen guten Vorrat anschaffen und müsst nicht alle paar Tage neu produzieren. Ihr seht, Hafermilch selber machen macht nicht nur Spaß, sondern bringt auch viele Vorteile in sich. Ihr wisst, was drinsteckt. Es gibt weniger Verpackungsmüll und es ist einfach super preiswert. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr meine Tipps einsetzen könnt, wenn es ans Hafermilch selber machen geht. Probiert es unbedingt aus und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es geklappt hat. Weitere Edike Basics und Rezepte findet ihr wie immer hier. Oder abonniert den Kanal, um noch mehr Videos zu sehen. Bis bald, euer Isi. Bis bald, euer Isi.